hallo und herzlich willkommen zu den dsa nachrichten in 3 bis 20 minuten deiner nachrichtensendung rund um das schwarze auge die schwarze katze und aberturia wir bringen dich hier immer auf den neuesten stand was die kommenden produkte angeht heute haben wir die neue erscheinung dabei wie brut der niederhöhlen oder auch opfergang tage der leuen zwei ebenso wie wüstenmärchen für die schwarze katze ich habe mir den kaiser drachen angeschaut der von blubricks gerade erschienen ist es gibt rabatte im minifactory shop das schwarze auge wird 40 jahre dieses jahr und wirft seine schatten voraus da passiert einiges außerdem haben wir ganz viel zu zwergen aber auch drachen echsen elfen da kommt einiges zur kanne spielen und labore gibt es neues es gibt eine neue abenteuer anthologie außerdem gibt es ein neues zu den echsen sümpfen es gibt eine neue spielhilfe also einige mehr noch ein neues crowdfunding musik der märchen wird starten dazu mehr informationen spielsteine der macht lässt sich wieder blicken auch das ist am horizont sichtbar und wir blicken natürlich auch auf die nächsten wochen und jetzt viel spaß mit den nachrichten ja wenn dir der stream gefällt dann abonniere den kanal lassen daumen nach oben da und aktiviere auch die glocke damit du nichts verpasst alle infos zu den produkttabellen findest du wie immer auf hinter dem schwarzen auge de oder unter dsa de schau doch gerne mal vorbei auch gerne über den qr-code ja kommen wir zunächst zu den neuerscheinungen und da ist neu erschienen brut der niederhöhlen das ist ja der dritte dämonen band der hat jetzt nicht nur dämonen drin sondern erstmals auch hintergrund was beschwörung und so weiter angeht das heißt es ist jetzt eigentlich so der grund band und das archiv der dämonen ist dann quasi dazu der erweiterungsband erschienen ist der band am 25 1 zum preis von 44 95 oder 26 99 als pdf dann lange erwartet tage der leuen 2 opfergang es erschienen am 25 1 zum preis von 19 95 das ist dann ja ein heft mit den entsprechenden charakteren das ist so aufgebaut wie auf ins abenteuer allerdings für hochstufige charaktere und die charaktere sind auch vorgegeben weil die teilweise wahrscheinlich das abenteuer nicht überleben werden ihr könnt auch mit eigenen spielen die müssen dann aber entsprechend auch hochstufig sein und ja man muss eben fürchten dass nicht alle durchkommen 1995 als buch bzw als heft und 11 99 als pdf dann haben wir neu das archiv der ausrüstung ebenfalls am 25 januar erschienen zu preis von 69 95 oder 41 99 als pdf dass der sammelband aus einem aventurische rüstkammer 1 und 2 und hier der markus auch noch mal hingewiesen diesen kunstledereinwand den gibt es jeweils nur in der ersten auflage das heißt wenn das ding nachgedruckt wird dann wird es ein normales cover erhalten dann haben wir die winterwacht das borne an die walberge die sammelbox in der leeren variante ebenfalls im januar jetzt frei im f-shop erschienen zum preis von 29 95 es sollten eigentlich auch die vollen boxen reinkommen die habe ich bisher noch nicht im f-shop gesehen also kann sein dass die dann in den nächsten nachrichten dann noch mal erwähnt werden oder sie sind dann schon ausverkauft denn viele soll es dann nicht mehr geben und auch schicksal und verdammnis gibt es was neues nämlich die gottheid marbo das ist ja immer das würfelset hier bestehend aus drei würfeln 2w6 1w20 und 3 chips sowie einem kleinen regelheftchen das erschienen am 25.01 zum preis von 14,95 und das gleiche haben wir auch noch mal für den erzdämonen tagunitod ebenfalls 25.01 zum preis von 14,95 auch hier drei würfel drei chips und ein kleines regelheftchen dann ist für die sa2 die remastered version von schatten über travia's haus erschienen auch passend zur grünen ebene also dem dragonbane crowdfunding von urwerk am 25.01 erschienen preis 12,95 das buch oder 4,99 das pdf für diese 1 gibt es neu die remastered version von wege der götter auch ebenfalls im januar erschienen zum preis von 49,95 buch oder 16,99 als pdf und auch 40 jahre dsa das poster 100 abenteuer die man gespielt haben muss ist jetzt erschienen am 25.01 zum preis von 19,95 das ganze kommt gerollt es kam ein paar berichte dass das poster in der langen papp verpackung wohl auch gelitten hat an den ecken und es gab auch ein paar berichte von leuten die probleme hatten das silber weg zu rubbeln andere sagen es geht also ja gibt scheinbar da unterschiedliche erfahrungen kommen wir zu den miniaturen beyond der blender ist jetzt nach einer verschiebung einen monat erschienen im januar zum preis von 7,95 allerdings ist die altere sieben version jetzt wohl auch fast durch das heißt künftig wird er dann 8,95 kosten oder 5,95 us-dollar als stl das ganze gibt es natürlich auch noch mal in der 500 prozent variante für 39,95 da könnt ihr euch dann aussuchen ob ihr den klein oder groß haben wollt ebenfalls erschienen ist die miniatur von lasser von schwarzenberg im januar die gab es ja schon für 8,95 ist also schon das neue resin auch hier 5,95 us-dollar als stl oder auch hier das ganze in der 500 prozent variante für 39,95 da gibt es auch einen wettbewerb bei geschichts fans dazu dazu gleich noch mehr für dsk ist erschienen wüstenmärchen das ist ja so ein twitter band aus ja hälfte regions beschreibung hälfte abenteuer wie das auch schon bei im reich der königin der fall war ebenfalls erschienen im januar zum preis von 1995 als buch oder 11,99 als pdf übrigens alle neuerscheinungen könnt ihr euch auch im vlog von ulysses also von marcus und in dem fall johannes dann noch mal zeigen lassen dann ist erschienen das pfotenwerk nummer 10 der blutmond das ist ja ein reines pdf wie gehabt kostet 2,99 und ja beschreibt dieses phänomen dazu gibt es passend ein würfel set der blutmond ebenfalls im januar erschienen zum preis von 9,95 2w6 2w20 dann haben wir auch das erste epische begegnungsset hundehatz für dsk im januar erschienen zum preis von 34,95 das ist noch der alte preis mit altem resin wird dann auch 39,95 künftig kosten mit neuem resin und für 17,85 bekommt hier die stl datei und dann ist erschienen der kaiser drache von blubricks am 8 januar zum preis von 79,95 dass die box von vorne dass die box von hinten und ich habe auch schon ein review video dazu gemacht schaut da gerne mal rein mein fazit ist insgesamt auch positiv mit einschränkungen und noch eine kleine ergänzung dazu denn ich wurde in den youtube kommentaren richtigerweise darauf hingewiesen dass ich die flügel falsch angebaut hatte also den rechten und den linken vertauscht dadurch waren die umgedreht so muss es richtig aussehen das ist der kaiser drache mit den korrekten flügeln übrigens gab es auch bei blubricks noch ein video von marco da hat er gesagt dass der nico demnächst dann noch mal in einem video vorbeischauen wird und unter anderem auch über weitere kommende dsa-sets reden soll denn der kaiser drache soll nicht das letzte gewesen sein dann kommen wir zum hörspiel folge 20 von winterzeit früchte des zorns heißt es ist erschienen am 11 januar etwa zum preis von 8 99 als cd oder 7 99 als mp3 dann kommen wir auch schon zu angeboten und aktionen ja und da gibt es aktuell bei my mini factory 50 prozent rabatt auf alle dsa stls und das ganze ist begleitend zum malwettbewerb vom geschichtsfenster denn der andre hat auf seinem kanal diesen malwettbewerb ausgerufen und zwar soll seine lasse von schwarzenberg figur ich hatte es eben schon erwähnt schick angemalt werden es gibt da keine vorgaben bezüglich historischer korrektheit und genau da gibt es dann preise für für die besten kleinen für die besten großen figuren und so weiter der die aktion läuft meines wissens nur noch bis heute bis zum vierten februar das ist aber ja ich habe keine informationen mehr dazu gefunden mit dem code rockowult bekommt ihr auf jeden fall diese 50 prozent rabatt berichtet mal ob es geklappt hat dann gibt es natürlich auch neues von hinter dem schwarzen auge und zwar steht der nächste fan talk an untersucht natürlich 40 jahre dsa die große dsa produktvorschau und wir wagen auch einen blick ins schwarze auge das heißt wir spekulieren kräftig was dieses jahr noch kommen wird und könnte das ganze soll jetzt entweder nächsten freitag am 9.2 oder am 16.2 ebenfalls ein freitag stattfinden dann wieder etwa so 20 uhr der termin hängt noch ein bisschen davon ab wer jetzt am ende dabei sein wird der franz bärwein möchte nämlich dabei sein und wir können durchaus den ein oder anderen gast noch gebrauchen also wenn du dabei sein willst dann melde ich gerne in den kommentaren oder auf discord oder wo auch immer und ja ich würde mich freuen wenn noch jemand mit spekulieren möchte adrian ist aber natürlich auch mit dabei außerdem wird es dann im februar auch die nächsten streams geben zur aventuria mit der alpha und beta kampagne kommen wir zu den ulysses news ja und ich hatte eben schon gesagt 40 jahre dsa dieses jahr ist dsa jubiläum jetzt gerade war auch die nürnberger spielwaren messe und daher ist dsa das erste mal ja offiziell dann der öffentlichkeit vorgestellt worden das heißt wir haben jetzt ziemlich genau auch 40 jahre dsa jubiläum dieses jahr sollte einige special streams und events geben im gesamten jahr lasst euch da mal überraschen da wird nach und nach auch verkündet was das sein wird da berichte ich euch natürlich hier drüber es gab bereits schon ein special stream nämlich zu 40 jahre dsa der historienvergleich mit geschichtsfenster nico hat da mit andre gesprochen und da ging es um garezien und ritter turniere das war der erste teil der zweite soll im februar folgen außerdem wird jetzt heute im wirtshaus zum schwarzen keiler in nienburg an der weser ein dsa let's play von das wirtshaus zum schwarzen keiler aufgenommen mit dabei ist unter anderem werner fuchs mit dabei ist meire mit dabei ist der kai von vier helden und ein schelm der das auch mit angeleiert hat und tom finn als spielleiter das ganze soll dann ab morgen den fünften zweiten wenn alles so klappt dann auch als video bei augen spalter tv anschaubar sein also haltet mal die augen da offen und es soll noch ein neues format für 40 jahre dsa geben da soll man fragen einreichen man kann gerüchte prüfen lassen man kann fun facts anfragen oder einbringen genau was genau das für ein format wird ist noch nicht bekannt gegeben worden da müssen wir uns mal überraschen lassen was ich cool finden würde wäre natürlich so ein genial daneben im dsa style da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht also wenn die das nicht machen machen wir das vielleicht hier mal dann soll es laut nico noch ein sehr besonderes projekt geben was auch immer das sein wird und zwar wird das am 30 fünften erscheinen soll überall vorbestellbar sein ab dem 16 februar und in den collectors club im april kommen es wird kein feedback produkt man soll auch verstehen warum sobald das vorbestellbar ist preis ist noch unbekannt man ist es noch unbekannt was es ist spekuliert da gerne mal mit schreibt mir in die kommentare was ihr denkt was dieses sehr besondere projekt ist wenn wir vorher unseren unsere produktvorscher haben dann werden wir natürlich da auch noch mal spekulieren nara f hatte mal reingebracht vielleicht ist es ein theaterstück wobei das dann nicht vorbestellbar sein könnte aber es fand ich sehr interessant allein diesen ansatz dann hat nico rausgehauen es wird endlich auch etwas zu dem dicksten oder inzwischen vielleicht sogar zu dicksten dsa oder dsa fünf buch aller zeiten geben ist alles ein bisschen unklar was ja schon seit der ulysses online con 2020 klar ist es wird so ein bisschen wahrscheinlich meter also ich vermute weiterhin dass es ein band wird über die entstehung von der schwarze auge und wie es sich bisher entwickelt hat wahrscheinlich noch mal mit dem blick auf alle produkte die es da so gab das buch wird scheinbar auch immer dicker ich bin mal sehr gespannt zu dem ganzen soll es ein sonder stream am 6 märz geben wo dann aufgelöst wird was es damit auf sich hat ja außerdem hatte nico noch erzählt dass es noch ein redakteurstraum von ihm gibt an dem er aktuell arbeitet das ist wohl noch mal was anderes es wurde eine wirklich dicke umfangreiche überraschung angekündigt wobei ich vermute dass es hier dieses dickste dsa buch und es soll noch viele weitere produkte zum 40 geburtstag geben die allerdings kein spielmaterial sind also begleitende produkte im dsa blog gibt es ja aktuell auch einen blogbeitrag zu den kommenden 40 jahre dsa produkten und events der immer wieder auf den aktuellen stand gebracht werden soll und da ist auch rede von einem dsa quartett voller retro charme natürlich auch bisher der arbeitstitel dass dann dieses jahr erscheinen soll auch hier ist noch nicht viel mehr bekannt aber dsa quartett sind und aus der vergangenheit ja durchaus geläufig kommen wir zur collectors club convention 2024 denn da ist das datum jetzt bekannt die wird am 25 mai stattfinden wird dann kostenfrei für die top 300 des collectors club sein jeweils bloß eine begleitung gehe ich wieder von aus ja man wird da wahrscheinlich wieder eine studio führung bekommen vielleicht gibt es wieder ein dsa direct vielleicht wird wieder aventurier gespielt man weiß nicht es wird auf jeden fall einige besonderheiten zu 40 jahre dsa geben und da gibt es im moment auch ein aufruf wenn ihr zwölf götter lapa seid und einen der zwölf götter darstellt dann meldet euch bei ulysses ich glaube über events at ulysses-spiele.de war das schaut aber sonst auch noch mal auf den kanälen von ulysses vorbei oder schreibt dann feedback at ulysses-spiele.de denn wie gesagt die suchen darsteller der zwölf götter und wir haben da irgendwas mit den leuten dann auf der collectors club convention geplant dann ist ulysses spiele der offizielle partner von der roleplay wars die am 8 und 9 juni in oberhausen stattfinden wird aktuell ist der vorverkauf schon gestartet mit vergünstigten preisen und das ganze ist der nachfolger der roleplay convention das heißt wenn ihr die roleplay convention die ja zuletzt dann in köln stattgefunden hat kennt dann hier seht ihr es auch schon in den videos das sind ausschnitte der roleplay convention dann wisst ihr wahrscheinlich was euch da erwarten wird nämlich im mittelalter markt cosplay lab video games artist alley brettspiele rollenspiele pen and paper influenza show bühnen panels und vieles mehr dann kommen wir zum collectors club da noch zwei nachträge der lieber cantiones in der remastered variante ist ja noch mal ergänzt worden um neue sprüche und komplett nachgedruckt worden und inzwischen jetzt auch an die vorbesteller verschickt worden wird dann offiziell erscheinen am 29.02 preis 49.95 als buch oder 14.99 als pdf gab schon erste rückmeldung dass wohl jetzt in der dem korrigierten nachdruck leider das inhaltsverzeichnis nicht an die neuen seiten angepasst wurde ja vielleicht verschmerzbar aber natürlich doch etwas ärgerlich dann haben wir den fluch des schwarzen keilers der ebenfalls am 29. februar erscheint 39.95 als buch 20.99 als pdf und der hat inzwischen auch ein cover bekommen ihr habt eben schon gesehen das ist auch das bild was das 40 jahre dsa ja logo sage ich mal schmückt und es ist ein sehr schickes cover geworden mit alrik immer da mit mihi bam mit rowena und hinten natürlich dem schwarzen keiler kommen wir zur 40. welle des collectors club die dezember welle lief vom 8 dezember bis 7 januar ist inzwischen beendet und da haben wir jetzt auch das ein oder andere vor pdf nämlich von der ruf des berges der erscheint am 28.03 preis 39.95 als buch oder 20.99 als pdf das übrigens inzwischen jetzt scheinbar der feste pdf preis da hatte julis ist ja ein bisschen rumexperimentiert das war mal 50 mal 70 prozent jetzt hat es sich bei 60 prozent des buchpreises scheinbar eingependelt ja und wir wollen natürlich jetzt mal ins pdf reinschauen sind insgesamt 116 seiten inklusive umschläge ich mache hier auch mal die spoiler warnung an denn wir haben hier natürlich ein abenteuer da ist spoiler gefahr wir haben also hier eine einleitung das kapitel die steinernde bruderschaft im tannwald rom drollosch und einen ausführlichen anhang ich scrolle hier mal langsam durch über den anfang aber dann nachher etwas schneller denn wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern aber dann bekommt ihr zumindest mal ein bisschen eindruck hier was in diesem abenteuer alles drin ist man sieht hier schon das sind durchaus auch drachen vertreten was man ja dem cover nach auch schon sich denken konnte jeder noch mal die rückseite vom buch da steht ja dann auch noch etwas mehr könnt euch gerne mal rein lesen das abenteuer ist von christoph traut und felix peach wir haben das archiv der kreaturen das wird am 28 erscheinen zum preis von 69 95 oder 41 990 als pdf hier haben wir jetzt zum einen einen werkstatt bericht der sich mit den gräumen aventurins beschäftigt denn gräume werden künftig nicht mehr in dem archiv der kreaturen drin sein die werden komplett überarbeitet wegen antisemitischer anleihen und das ganze möchte man sich jetzt in ruhe noch mal anschauen um dann jemandem auf die füße zu treten das heißt die kommen dann irgendwann später sie sollen nicht komplett geradconnt werden aber auf jeden fall neu interpretiert dann haben wir aber auch das vor pdf und zu diesem kommen wir jetzt das ist ein fetter band mit fast 330 seiten geworden hat eben die beiden aventurisches bestial um 12 mit drin nicht mit reingekommen sind die tiergefährten wie es ursprünglich mal hieß wir haben hier kulturschaffende und ungeheuer und wir haben tiere also sehr umfangreich auch hier scroll ich mal langsam über den anfang wäre dann etwas schneller damit ihr mal sehen könnt was da so alles drin ist ja es sind viele kreaturen viele tiere viele kulturschaffende mit drin hier die tiere ja es ist ein sehr umfangreiches buch geworden hinten natürlich noch mal ein paar sonderregeln und dann noch mal ein paar mögliche encounter will ich mal sagen auch hier gilt natürlich wenn das buch einmal ausverkauft ist in der ersten auflage die zweite wird dann wohl nicht mehr in kunstleder sein kommen wir zu den minis aus der collectors club werde nämlich die epische begegnung zwei pentagrammer auch das sind natürlich dann hier resinen figuren wir haben einen sand dabei wir haben einen weiß magier dabei und fünf herstotz weil ich mich immer frage wann man mal fünf herstotz trifft aber gut am 29 februar werden diese erscheinen zum preis von 34 95 im alten resin bzw dann künftig 39 95 und 17 dollar 85 als stl datei und das ganze hatte sich verschoben denn sollte ursprünglich mal im januar erscheinen das gleiche gilt für azeril scharlachkraut auch die sollte im januar kommen kommt jetzt am 29 februar hier meine work in progress studie grund dafür ist dass es einfach zu viele bestellungen gab das bestellvolumen bei den minis hat sich wohl extrem erhöht und ja mich musste da jetzt erstmal aufstocken und kommt mit dem drucken gar nicht mehr hinterher azeril kostet schon 8 95 wird also direkt dem neuen resin ausgeliefert oder 5 95 us dollar als stl datei das ganze gibt das gibt es natürlich auch noch mal eine 500 prozent variante für 39 95 kommen wir zu die schwarze katze dem pfotenwerk nummer 11 möven chroniken 1 übermut tut selten gut das pdf erscheint am 29 februar 499 als pdf und inzwischen ist auch bekannte soll eine dreiteilige reihe werden das heißt die möven chroniken 2 und 3 erscheinen dann in den nächsten monaten es war noch ein donnerbach szenario angekündigt was eigentlich ursprünglich mal das zehnte oder elfte pfotenwerk werden sollte das verschiebt sich scheinbar ein bisschen nach hinten ja und auch hier schauen wir natürlich ins pdf rein es sind 19 seiten einleitung vorgeschichte begegnungen ärgernisse und das schiff das heißt es ist dann durchaus ein etwas ausführlicheres abenteuer so im heldenwerkformat kommen wir zur einführlichsten welle des collectors klappt die januar welle die die am 12 januar gestartet war und jetzt noch bis zum 11 februar also bis zum wochenende läuft ich hatte in den letzten nachrichten schon gesagt was wahrscheinlich reinkommt da kam noch eine sache dazu dazu gleich mehr aber wir starten erstmal mit arcane schmieden und labore das erscheint am 25 april zum preis von 44,95 als buch oder 26,99 als pdf und da gab es den angekündigten sonder infostream dazu was sich ja mit alchemy und artefakterstellung beschäftigt der sollte unbedingt diesen stream angucken beziehungsweise die aufzeichnung davon auf youtube ich habe hier einige screenshots mitgebracht philippe und so sind mit euch durch das ganze thema durchgegangen und ja es wird wirklich vieles abgedeckt viele bereiche der alchemie viele bereiche der artefakterstellung auch eine schöne story zu der hand hier in der mitte werdet ihr im stream hören jede menge verschiedene artefakte diese kupferstiche kofunkel und die al-sulman al nasori sind mit drin das frevler gewandt artefakt veredelung ist mit drin viele alchemisten padonas erschaffung aus dem kessel der urkräfte ist mit drin bekannte alchemisten und artefakt schmiede verschiedene gilden sind mit drin ja es lohnt sich auf jeden fall wen das thema interessiert schaut mal dort hinein außerdem gab es noch einen werkstatt bericht auch da könnt ihr im blog mal nachschauen das heißt wer das video nicht schauen will der kann sich den blogbeitrag mal durchlesen bei dieser natürlich nicht ansatzweise so ausführlich ist und auch vor dem stream kam und dann kommen wir zu dem band den ich in der letzten ausgabe noch nicht auf dem schirm hatte und das ist stumme schreie eine detektiv anthologie die im 25 april erscheinen wird preis das ist 29 95 als buch oder 17 99 als pdf und ja wird drei abenteuer drei detektiv abenteuer enthalten für dsa 2 kommt die remastered variante von gaukel spiel die im am 28 dritten erscheinen wird 12 95 als buch oder 4 99 als pdf und auch schicksal und verdammnis wird natürlich weiter fortgeführt als gottheit sind diesmal die himmelswölfe dabei auch hier wieder drei würfel 2w6 1w20 und drei chips sowie ein kleines regelheft erscheinen am 29 2 zum preis von 14 95 und das ganze auch für den erzdämonen nagrach auch am 29 2 zum preis von 14 95 wird der erscheinen und ist jetzt vorbestellbar dann haben wir das akrömer kassett die streitenden königreiche eigentlich schon erschienen am 30 november beziehungsweise nicht nur eigentlich ist er erschienen zum preis von 14 95 war bisher aber noch nicht im collectors club deswegen ist es jetzt in dieser runde vom collectors club wer es also damals schon bestellt hat oder jetzt innerhalb der frist bestellt der bekommt noch seine punkte dann gibt es natürlich auch neue minis und zwar die epische begegnung nummer drei der geschändete borons anger wird sie heißen mit einem schwarz magier mit einer golgaritin und fünf skeletten mit schwert und schild diese werden dann drei monate später also wahrscheinlich im mai dann auch wieder in den einzelpaketen erscheinen und ich gehe auch hier davon aus dass die golgaritin dann wieder in klein und groß erscheinen wird wieder wie das mit eirik ja auch so war da kommen wir gleich zu dann haben wir die neue miniatur des monats das ist epolita von kurkum hier auch schon eine work in progress studie wird am 29 februar erscheinen zum preis von 8 95 also schon 9 resin oder 5 dollar 95 die stl datei das ganze auch noch mal in der 500 prozent variante für 39 95 dann ich als gerade schon erwähnt haben wir natürlich auch den eirik immer da der jetzt drei monate nach dem nach der epischen begegnung solo erscheinen wird noch zum preis von 7 95 allerdings dann auch bald 8 95 sobald das alte resin aus ist oder die alten gedruckten varianten aus sind das ganze gibt es auch noch mal hier in der großen variante für 39 95 für dsk haben wir ein nordpfotenwerk nummer 12 hawenas zwei beiner heißt es was sich mit den menschen hawenas aus katzensicht beschäftigen wird erscheint am 28 dritten kostet 2 99 und für dsk gibt es ebenfalls eine weitere epische begegnung die zweite nämlich rattenjagd wird sie heißen besteht aus dem helden kiran nachtgesicht aus einer flötenkatze miniatur und fünf ratten alles natürlich entsprechend in katzengröße das war es mit dem collectors klappe wir kommen zur produktvorschau und hier war das große thema das crowdfunding von die echsen sümpfe also die echsen sümpfe werden nicht als normale regionalspiel erscheinen sondern im rahmen eines crowdfundings das läuft vom 15 mai bis 5 juni und da gab es einige informationen im letzten redax insight es gibt inzwischen auch schon die game und tabletop seite auf der man sich das vormerken kann wer da interessiert ist schaut mal rein das ganze wird dann natürlich wie bei den regionalspielhilfen wieder eine gesamte flöte haben das heißt wir werden erstmal die regionalspielhilfe haben die wird nicht mehr morass der ranga oder irgendwie so heißen sondern die echsen sümpfe seelen und das reiche der achatz wird dann ja wahrscheinlich auch wieder 39,95 kosten und 20,99 als pdf mit dabei werden wir außerdem dann haben helden der echsen sümpfe wird es wahrscheinlich heißen mysterien der echsen sümpfe ein spielplan set die echsen sümpfe sphärenklang landkarten set und acrylmarker wahrscheinlich dann auch noch mal acrylmarker zum abenteuer es wird sicher wieder würfelsets geben das ganze in der sammelbox normal und limitiert und es soll verschiedene bücher zur welt der äxten geben die begleiten so die ex zum vorauskommen soll ein rang aber dem ekum geben das hat die so ich schon erzählt und es wird ein band das dossier der erleuchteten geben das wird der nächste in game band oder einer der nächsten in game wände wird damit wahrscheinlich wieder 44,95 kosten oder 26,99 als pdf und das wird ein band sein der sich mit kulten und geheim bünden aventuriens beschäftigt und wohl beschrieben aus einer person die aus den echsen sümpfen oder seelen stammt außerdem soll die regionalspielhilfe die ex süpfe nur der anfang sein von einer großen kampagne die dann anläuft im anschluss und die kampagne soll sich mit echsen beschäftigen und den mächten die an der errichtung eines neuen echsengroß reiches arbeiten so hatte ich es verstanden und dazu soll es dann abenteuer und weitere bände geben die das alles begleiten und das ganze soll dann auch durchaus im großen finale enden und wahrscheinlich auch in einer weiteren regionalspielhilfe die damit zusammenhängt es wurde schon direkt vermutet es könnte sein dass dann die maraskan regionalspielhilfe im anschluss dann diese kampagne kommt und es sich auch um die scratch you handeln könnte da lassen wir uns aber überraschen mehr informationen soll es dann mit dem crowdfunding start im mai oder kurz davor geben im blog wurde noch gefragt was die nächste regionalspielhilfe nach den echsen sein wird das wird nicht das orkland maraskan wird es dann wahrscheinlich auch noch nicht weil das eine weile dauert bis die ganze kampagne und so weiter durch ist es soll eine region sein die nicht direkt neben den echsensümpfen liegt und so wie ich marcus verstanden hatte ist sie wahrscheinlich sogar auch deutlich davon entfernt das heißt spekuliert gerne mal schreibt mal eure tipps in die kommentare ich werde aber auf jeden fall auch im rahmen der produktvorschau im fan talk mit meinen gästen dann darüber spekulieren und auch die umfrage die es dann begleitend zum fan talk geben wird da werde ich das moment abfragen und im blog wurde verkündet es wird eine weitere stadtspielhilfe beziehungsweise ein metropolenband geben der soll auch dieses jahr noch erscheinen preis und so weiter ist natürlich alles unbekannt ist auch unbekannt wo das ist interessant ist es wird wohl eine stadt sein die auch in der in einer zwergenkampagne wo wir gleich noch dazu kommen eine rolle spielen wird denn es war wohl vorschlag vom kai frerich also vom schelm dass diese stadt in die kampagne mit eingebaut werden soll und das hatte sich dann überschnitten mit nikos arbeiten an dem metropolenband auch da spekuliert gerne mal in den kommentaren was könnte das sein was für eine metropole könnte sein die da auf uns zukommt und der auch ein zwergenabenteuer spielen wird kommen wir noch zum crowdfunding ehre des goldenen kaisers das hall crowdfunding da ist der late pledge eigentlich am 28 januar ausgelaufen aber die seite gibt es noch man kann immer noch die einzelnen pakete bestellen das nochmals hinweis das wird wahrscheinlich dann demnächst auch beendet wer also jetzt noch spät dran ist ihr habt noch die chance zumindest stand heute es wird eine weitere einen weiteren quellenband geben verborgen in der tiefe die hat der alex spur vor gestellt soll dann wohl im ersten halbjahr erscheinen oder zumindest in den collectors club kommen preis dürfte bei 44,95 liegen und dann 26,99 als pdf und das ganze soll ja unter die erde gehen es soll aber kein dungeon band werden sondern soll sich mit schauplätzen abenteuern und kreaturen beschäftigen die weit unter der erde sind soll siedlung in der tiefe geben und das ganze soll fast bis an die grenzen tarons stoßen allerdings nicht bis taron gehen die hohe welt soll also keine rolle spielen ja klingt sehr spannend lassen wir uns mal überraschen was da auf uns zukommt dann wurde im vlog verkündet es oder angedeutet besser gesagt es soll ein zwergen und oder elfen quellenband oder bände geben wurde da zumindest in der ulysses firmenrunde darüber gesprochen was für produkte angegangen werden sollen und es sieht da wohl nicht ganz schlecht aus dass im zuge von zwergen kampagnen auch wie gesagt dazu gleich noch mehr und so weiter es auch noch zu einem ja zwergen quellenband und vielleicht noch elfen quellen bank kommen dürfte wann wissen wir noch nicht da müssen wir uns überraschen lassen dieses jahr wahrscheinlich nicht mehr aber es ist auf jeden fall auf dem schirm das crowdfunding himmlische hüte hat inzwischen einen neuen namen nämlich mosaik der märchen und ja hier ein schönes bild von tokala das soll insgesamt viele bilder beinhalten soll ein buntes buch werden ein das hatte dann hatte ich ja im letzten mal schon berichtet ein märchenband ein ingame märchenband besser gesagt das crowdfunding soll laufen vom 28 2 bis 30 dritten es soll ja komplett anders sein als die bisherigen crowdfundings also wirklich ein reiner ingame band in normaler und limitierter variante dazu noch begleitende partnerprodukte wo man aber noch darauf wartet ob das umsetzbar ist es soll keinerlei spielmaterial beinhalten und ja es ist ein ingame märchen buch das heißt was würden aventurische eltern ihren kindern an märchen vorlesen soll dann aber ran soll dann alvaran jahre gehen und ja da können wir uns glaube ich mal sehr überraschen lassen marcus meinte das also der typische fall für ein crowdfunding wo man noch so gar nicht weiß wie das ankommen wird und wir lassen uns mal überraschen es gibt neues auch zu den spielsteinen der macht soll erscheinen im collectors club ende des ersten halbjahres zum preis wissen wir noch nichts das cover beinhaltet elemente der vier bände der spielstein kampagne die da waren der alchemist die einsiedlerin der händler und der inquisitor und man sieht hier schon die entsprechenden gegenstände auch passend zu diesen vier bänden und auch die spielsteine sind zu sehen auch dazu gibt es dann sicher bald mehr einige infos könnt ihr auch hier schon im letzten redax inside aus januar erfahren auch erwähnt wurde dort verschollen in der bibliothek der göttin der dieses jahr auf jeden fall noch erscheinen wird preis schätze ich 495 ist aber noch nicht ganz klar das ganze ist hier nun vorab cover das heißt es wird sich noch komplett ändern und soll ja der geistige nachfolger von gefangen in der gruft der königin sein es soll auch wieder ein escape abenteuer werden und um das noch zu hinterlegen soll es hierzu auch ein meister set geben mit ganz vielen handouts das heißt ich vermute das entwickelt sich stark dann in richtung so einer exit oder escape box wo man dann entsprechend auch mit viel material rätseln kann dann ich hatte es eben schon erwähnt es wird eine neue zwergenkampagne geben ja eine vierteilige zwergenkampagne rund um branderns pakt brandern das war derjenige der den frieden zwischen zwergen und drachen schloss in dem aushandelte dass der frieden zumindest so lange halten soll bis er wieder vom pinkeln da ist und dann nie mehr wiederkam ja ein kluger mann wenn alles klappt sollen die ersten beiden teile noch dieses jahr erscheinen und dann teile drei und vier im nächsten jahr der ruf des berges wird quasi der auftakt der band null dieser kampagne gehört aber nicht zur kampagne selbst aber er leitet diese ganzen ereignisse die dann in der kampagne behandelt werden ein begleitend zu der kampagne soll es auch noch ein auf ins abenteuer geben eine zwergenkampagnen fiebel soll es ebenso soll es außerdem ebenso geben und ein weiteres produkt ist die jagd nach den primoptoliten und ja wann das kommt ob dieses jahr noch oder nächstes noch nicht ganz bekannt es soll dann auch eine ingame band werden wird also wahrscheinlich wieder 44 95 kosten und da an dem buch ist der kai frerich also der schelm beteiligt der hatte ja schon andeutungen gemacht dass er an einem produkt arbeitet in der schelmschau also in der schelmschau hat er die die andeutung gemacht der primoptolit ist ja das erste schwarze auge was im hohen norden verschollen ist nachdem pyrda kohat suchen lassen ich glaube so war das und das ganze soll ein solo abenteuer sein aber auch nicht und ein ingame band aber auch nicht und da kai dran arbeitet und der kai verschiedene solo abenteuer schon erstellt hat vermute ich dass das ein ingame solo abenteuer wird das heißt ein ingame band den die aventurier so finden können mit rätseln die die aventurier ingame dann lösen können oder eben der lesende dann anstelle der aventurier das wäre mein tipp wie das ganze aufgebaut werden könnte ich bin auf jeden fall mal sehr gespannt das klingt sehr spannend könnte so ein bisschen auch in richtung vielleicht von dem landeswarter medikum gehen wo ja auch so in dem ingame band rätsel in game rätsel drin stecken lassen wir uns da mal überraschen ein hinweis noch zur zwergenkampagne die wird auch für nicht zwerge spielbar sein und ja es soll auch natürlich dann im boden und so weiter mit artikeln dann noch begleitet werden in dem zuge wurde auch gefragt was ist eigentlich mit der org kampagne ja und da wurde nur gesagt das wird man im mai verstehen das heißt ich weiß nicht ob sich das auf die collectors club convention und dieser direct bezogen hat oder ob sich das auf den start des extens für crowdfundings bezogen hat wir sollen auf jeden fall dann verstehen warum das bisher noch nicht starten konnte und ja wird dann auf jeden fall aber irgendwann in zukunft stattfinden es wurde auch gefragt was denn mit den theaterrittern sammelbänden im schuber sein wird das ist ja inzwischen bekannt dass es zwei bände im schuber werden sollen die sollen auf jeden fall auch 2024 noch erscheinen zumindest als vor pdf also im collectors club das heißt spätestens am anfang nächsten jahre sollten wir dann auch die gedruckten bände in der hand halten mehr ist jetzt aber dazu noch nicht bekannt dann ist für die abonnenten zumindest vorab erschienen schon als pdf und in der druck variante der aventurische bote 223 und das heldenwerk 52 zwist der raben es hat sogar der enger auch schon rezensiert er war nicht ganz so begeistert glaubt zwei von sechs punkten hat er vergeben und der bote wird dann erscheinen am 29 februar zum preis von wahrscheinlich 5,95 oder 3,49 als pdf ebenfalls erscheinen soll schicksal verdammtes gottheit im marder auch wieder drei würfel drei chips hier rein als beispiel wie es bei avis aussah ja soll wahrscheinlich denn dieses jahr noch kommen preis wird wieder bei 14,95 liegen da bin ich mir relativ sicher es wurde auch noch ein bisschen was zu den galotta roman gesagt der erste soll im zweiten halbjahr erscheinen der zweite wahrscheinlich auch noch das ist aber noch nicht ganz klar und beim dritten der wird dann wahrscheinlich erst 20 25 erscheinen ebenso wie dann der neue band die ersten drei bände werden ja komplett bearbeitet von der katharina ludwig und noch ergänzt um den handlungsstrang oder die sicht point of view von hal dann wurde gefragt was ist denn mit dem preis war dem meckum hörbuch von was in zusammenarbeit mit stev z erscheinen soll und da meinten ich weiß gar nicht mehr was in redax insight oder im blog sollte auf jeden fall als soon as possible erscheinen das heißt da werden wir demnächst dann wahrscheinlich auch noch was von hören dann gab es im discord die info was im q1 alles noch erscheinen soll an foundry vtt modulen da soll rahmenkrieg 4 die krallen der löwe dabei sein preis dann wahrscheinlich bei 27,95 es soll erscheinen kaiser rettos waffenkammer als vtt modul für 34,95 vermute ich so der letzte preis von den quellenbänden und an regional modulen das dornreich aranien das erbe des mogulats die lagen zuletzt bei 49,95 und die winterwacht das bauten und die walberge dann ebenfalls mit 49,95 zu veranschlagen und auch neues abenteuer was bisher noch nicht bekannt war nacht schwarze see das heldenwerk abenteuer nummer ich weiß es nicht da ist noch nicht ganz bekannt ob das dann 9,95 oder 27,95 kostet glaubt die heldenwerke waren aber weil sie schmaler waren eher bei 9,95 somit heißt das dann das rahmenkrieg 5 und 6 dann ab dem q2 erscheinen werden und auch das inra atlas und sonstiges paket und das aventurische animatorium werden dann frühestens im q2 erscheinen im vlog wurde gefragt was der mit der ingerem statuer ist mit der götterstatue von kraken die auf 100 exemplar auf wieder limitiert sein wird die ist wohl gerade im bau die wird gecastet wie es im fachjongong heißt sollte auch damit vor der hals statuer die er dann mit dem ära des goldenen kaisers crowdfunding ausgeliefert wird dann kommen preis wird bei mindestens 159,99 liegen da lag die letzte statuer da hier der ambus mit dabei ist vermute ich fast dass es etwas teurer werden könnte aber er sollte dann auch zeitnah im collectors club drin sein wir werden auch neue minis haben die letzte wahl gewonnen hat xenos von den flammen die wird es natürlich in klein und groß geben wird am 28 dritten erscheinen zu preis von 8 95 oder für 39 95 in der 500 prozent variante und die stl liegt ja bei 5 dollar 95 gerade läuft noch bis morgen montag den fünften zweiten um 10 uhr die abstimmung zur dsa miniatur die im april erscheinen wird am 25 vierten die wird dann 8 95 kosten oder 39 95 in der großen variante oder 5 95 us dollar als stl und zur wahl stehen diesmal zur baran der rote mal killer der dritte kadel ukarim mavana zornbrecht gewinner die hex und mittelässer jakumari da könnte wie gesagt jetzt noch im discord abstimmen im blog gab es einen werkstattbericht oder einen kleinen bericht zu arbeiten mit resin außerdem wurde im discord von michael noch verkündet dass neue verpackungen geben wird die werden so aussehen hier also die pappverpackung dann mit dem klebestreifen die alten plastik blister haben damit also ausgedient wenn ihr verpackung habt plastik oder pappe könnte die aber auch bei ulysses auf events vorbei bringen die sammeln die gerne wieder ein um die noch mal zu benutzen ja und wir gucken kurz in den blogbeitrag zum arbeiten mit resin rein denn resin ist gar nicht so ungefährlich für alle die bisher die figuren so unbedarft benutzt und geschliffen haben solltet ihr nicht machen nutzt lieber eine ffp2 maske denn der kunstharz also das resin ist durchaus giftig vor allem wenn es staubt und in die nase gelangt genau aber wie ihr dann entsprechend das resin bearbeitet dazu der blogbeitrag kommen wir zu die schwarze katze da ist ja das crowdfunding das refurbished crowdfunding was dann wahrscheinlich im april ausgeliefert werden soll jetzt ist cover vom grundregelband fertig das könnt ihr hier bewundern preis wird bei 49,95 liegen dann wahrscheinlich 29,99 als pdf und die schwarze katze puppentanz das ist die neue abenteuer anthologie die im rahmen des refurbished crowdfundings mitgebackt werden konnte die dann wahrscheinlich auch im april erscheinen wird preis liegt bei 19,95 als buch oder 11,99 als pdf und hier werfen wir natürlich auch einen blick ins vor pdf und auch hier mache ich natürlich die spoiler warnung an es handelt sich immerhin um abenteuer das erste abenteuer heißt puppentanz der dunkle rächer wird das zweite abenteuer hassen und nasser pelz das dritte autoren sind philipp bars florian geiler und carolina möbis hier scrolle ich natürlich auch dann relativ schnell durch aber ihr seht schon kaiser halsch kommt irgendwie vor was damit zu tun hätte dass eines der abenteuer meine ich in harvena im wachsfigurenkabinett spielen wird hier auch noch mal der klappentext von hinten da könnt ihr noch mal lesen worum es geht dann haben wir ein weiteres vpdf nämlich die ikonischen helden die katzen dokumente die ebenfalls aus dem crowdfunding stammen da wurden eigentlich nur die ersten vier freigeschaltet man hat jetzt doch bekommen alle 12 was ein bisschen dafür spricht dass ulysses dann doch gehofft hatte dass alle ziele erreicht werden ja wir haben mit dabei nino blütentasche wir haben mehrrot aus dem fass wir haben kara federglanz wir haben gadra vom schwerturm wir haben knöpfchen großkopf wir haben eiler blutmesser wir haben alana morgenstern wir haben isaac kettenrassler wir haben marok nachtschleicher wir haben amanda fischschlingerin wir haben julina sternen treu wir haben kiran nachtgesicht und das ganze hat jeweils eine zweite seite die höchste die ich euch jetzt nicht bei allen gezeigt habe ja die werden wir dann künftig auch wahrscheinlich alle als miniaturen sehen hier habt ihr schon mal die dazugehörigen werte dann wird es ja auch bei die schwarze katze ein crowdfunding geben ein nächstes nämlich ewige suche wird es heißen läuft vom zwanzigsten dritten bis zehnten vierten innerhalb wird xorlosch so ein es wird ein paar neue spezies wie schildkröten eidex und geckos geben und einen jenseits der stollen band wird es geben und auch hierzu ist schon die crowdfunding seite gestartet das heißt hier könnt ihr euch schon entsprechend anmelden hatte ich das eben beim mosaik der märchen auch gesagt ansonsten gilt das natürlich dafür auch auch das mosaik der märchen da könnt ihr euch schon anmelden es wurde ein bisschen was neues zur anfallkampagne gesagt die ja stattfinden wird fünf teile soll sie haben in jölgurmark havena versagt xorlos und donnerbach spielen und eigentlich ist der plan dass diese anfallkampagne auch dieses jahr noch abgeschlossen wird die sollen zwei monatsrhythmus erscheinen das heißt da müsste es dann auch zeitnah losgehen wobei ich mir vorstellen kann dass vielleicht der letzte band dann auch nur im collectors club sein wird in der zeit auch für dsk wird es ein weiteres foundry modul geben nämlich fasa brüchiger frieden wird im q1 auch noch erscheinen das war auch in der discord liste mit drin zum preis kann ich noch nichts sagen dann kommen wir noch zu partnerprodukten godicorn hat vor allem durch einen aufruf vom schelm in der schelmschau das zaprisma noch mal neu aufgelegt in der second edition das kann man aktuell vorbestellen soll ende februar erscheinen zum preis von 33 99 und ich meine es sei auch auf zehn stücke limitiert das heißt könnte auch zeitnah weg sein und ein neues produkt wurde angekündigt und zwar ist das der wende anhänger götter und dämonen der im q2 2024 erscheinen soll zum preis von 29 99 dann kommen wir noch zu elf und org das crowdfunding dragon bain die deutsche ausgabe wo er die grüne ebene mit dabei ist da lief der late pledge vom 8 januar bis 22 den februar der ist jetzt abgeschlossen und hier gibt es inzwischen auch den schnellstarter von dragon bain wenn das interessiert hat natürlich wenig mit dsa zu tun das ist so ein bisschen dsa 1 niveau aber schaut da mal rein außerdem wurden der late pledge phase noch ein paar stretch goals freigeschaltet wir haben inzwischen 100.000 euro erreicht an der stelle auch noch mal herzlichen glückwunsch an den uhrwerk verlag ich bin mal gespannt was dann am ende rauskommt dann kommen abschließend noch schnell zum fanwerk wir haben nämlich das kryptorium und da gibt es einige neue produkte wie das perreine kloster zu louis das gibt es für acht dollar hat insgesamt 64 seiten kommt von anton weste da könnt ihr euch denke ich wieder gute qualität gefasst machen der anton der weiß ja was zu liefern ist dann haben wir schuld von martin dür für 1 49 das ist ein kleines gruppenabenteuer mit 16 seiten wie man sieht spielt es in torwahl und es gilt ist wahrscheinlich jetzt schuld auf torwahl würde ich jetzt mal verboten ohne es zu wissen dann gibt es eine vt team karte für ein boronsacker von reine oder rain die könnt ihr als pay what you want kaufen es gibt eine karte einer zwergenbinge ebenfalls von rain aus schatten über riva kommt diese es gibt ein wildnis war dem meckum für die dampfenden dschungel von dirk spät für 449 hat insgesamt 30 seiten wir haben ein wildnis war dem meckum für das wüstenreich ebenfalls von dirk spät für 449 hat auch 30 seiten wir haben ein wildnis war dem meckums bundle für 12 euro 16 im bundle preis wir haben die karte einer neuen kanalisation ebenfalls wieder von rain ebenfalls aus schatten über riva ein neunter teil der romanreihe raja geflüster von franziska munkert das gleichnis der rübenzieherin hat fünf seiten und könnt ihr als pay what you want kaufen wir haben eine karte von rain mauergärten von festum wir haben von apgforge eine karte und bilder zu kunschom das ganze für zwei euro wir haben eine ingang karte von honigen von adrian delaney für 12 euro ist allerdings muss man auch sagen eine sehr schicke karte wir haben grimmwolf der grüne eine heldentrotz spielhilfe von ektor g können als pay what you want kaufen hat 16 seiten und dort erfahrt er etwas über den vogelfreien grimmwolf der grüne und seine bande die helden trotz unsicher machen dann haben wir noch die saad des wahns von robin gruber als pay what you want 56 seiten hat das und scheint ein abenteuer zu sein wir haben der ruf der eidechse formiert von jott tushka als pay what you want mit 34 seiten ebenfalls ein abenteuer noch mal apgforge tulominen lande für zwei euro und von roderick weber gibt es ein analyse tool für fertigkeitsproben da könnt euch unter anderem die wahrscheinlichkeit ausrechnen mit der die proben besteht ja das war's mit dem fernwerk dann kann man auch schnell zum dessa wetter was bringen so die nächsten wochen wenn euch der stream bisher gefallen hat vergesst nicht zu abonnieren lasst einen daumen nach oben da die glocke kommentiert vor allem zu eurem lieblingsthema oder zu offenen und fragestellungen die ich so gestellt habe oder einfach eure meinung das hilft mir sehr auch für die sichtbarkeit dieses formats da würde ich mich sehr freuen ja und wir haben zu ehre des goldenen kaisers den late pledge vom crowdfunding der eigentlich schon beendet sein sollte und wahrscheinlich in den nächsten tagen dann endet die aktion die rabattaktion von my mini factory mit 50 prozent zusammenarbeit mit geschichtsfenster die endet wahrscheinlich heute also ist dann ab morgen wahrscheinlich kein rabatt mehr zu bekommen morgen soll dann das jubiläums let's play von augenspalter tv ausgestrahlt werden auf youtube da seht ihr es heute der dreh wir haben den start der 42 collectors club welle die ich am kommenden freitag den 9 2 vermute dann entweder am 9 2 oder am 16 2 eben der dieser fan talk vorher läuft auch noch eine umfrage los wo ich euch zu verschiedenen sachen befrage nehmt auf jeden fall mit teil und ja wenn du noch dabei sein willst dann melde dich unbedingt bei mir egal auf welchem kanal ich würde mich freuen wenn wir dann noch ein zwei gäste mehr haben dann haben wir das ende der 41 collectors club welle die jetzt am wochenende also am 11.2 zu ende geht und wir werden auf jeden fall noch aventuria spielen das jetzt hier vom letzten stream weil noch keine termine bekannt sind aber wir werden auf jeden fall mit beiden kampagnen weiterspielen also alpha und beta kampagne ja wenn du noch fragen hast hau sie in die kommentare wenn du sonst anmerkungen hast hau sie in die kommentare bewerte uns wo es geht sei es auf spotify oder wo auch immer lass einen daumen nach oben da ich würde mich sehr freuen wünsche dir jetzt einen guten start in die neue woche dein und euer gernot tschau tschau vielen dank auch an meinen kurs und komat adrian an die grafische unterstützung durch eloquent erlenfolt unsere patronen und kofi spender die unsterblichen munix und dennis den göttlichen albrex den allwissen an varion die wissen in meister f tengiel heimi adranes und david die halbwissen in gwindern asatom fogfenzing und die neugierigungsgutus paligan grimtalks tamarine und franz sowie alle unsere twitter abonnenten und alle die über unsere partnershops einkaufen vielen dank ihr macht das möglich bis zum nächsten